»Du weißt gar nichts!« Die zuvor liebliche Stimme wurde ätzend. Voller Hohn wiederholte der Djinn. »Gar nichts!« Diesmal waren es erst Duncan und dann King, die jeweils einen Tritt in den Rücken erhielten. Wütend stöhnten sie auf. »Dann erleuchte mich, oh mächtiges Wesen!« »Na toll, jetzt ist sie angepisst!« Ich ignorierte Duncan und seinen sarkastischen Kommentar. »Handelst du in deinem Interesse? Im Interesse Krinaes? Oder folgst du blind einem Mann, der seinen Thron gestohlen hat?« »Du weißt gar... Ich weiß gar nichts! Schon klar! Lass dir mal was Neues einfallen!« Möglichst unauffällig zog ich meine Magie aus dem Wasser zurück. Wir hatten genug Wasserdampf. Was wir jetzt brauchten, war ein Todesstoß. Nicht jedoch ohne dem Djinn die Chance zu geben, einzulenken. »Lass die Frau gehen!« sagte ich. »Und schließ dich uns an! Wir sind auf der Suche nach...« Der nächste Schlag tat mich völlig unbereitet mitten ins Gesicht. Meine Wange brannte und ich hörte Knochen knirschen. Aber das war der Fehler, auf den ich gewartet hatte. Gerade als der Djinn sich zurückziehen wollte, preschte ich vor, packte ihn am Hals und zog ihn zu mir heran. »Lass mich los!«, heulte er, während ich die andere Hand ausstreckte und sie kurzerhand durch seinen Brustkorb stieß. Nicht denken, einfach handeln. Ich war bereits vor meiner Gefangenschaft stark gewesen. Aber das hier? Meine Finger glitten durch den Brustkorb des Djinn wie durch Butter. Haut, Sehnen, Knochen. Alles kein Problem. Der Laut, den er von sich gab, war mehr Erstaunen als wirklicher Schmerz. Als ich sein Herz zu fassen bekam, loderte es in meinen Augen auf. In diesem Moment wusste der Djinn, was ihm blühte. Er sah mich an und verstand, dass ich sein Ende war. Ohne zu zögern ließ ich meine Flammen mit der Kraft eines Infernus durch ihn hindurchjagen. Mein Feuer verbrannte den Djinn von innen heraus, ließ ihn schreien und zappeln und »Lelly«, Lucan packte mich am Arm. Er wusste, dass die Flammen ihn niemals verbrennen würden. »Das reicht, Liebes«, es reichte nicht. Ich würde erst aufhören, wenn das Herz in meiner Hand nicht mehr als ein Häufchen Asche war. Ich hatte es so satt. Ich hatte diese Welt so satt. Ich wollte nach Hause und mit Alina und Cora Eis essen. Stattdessen stapfte ich seit Tagen durch diesen beschissenen Sumpf auf der Suche nach Erben, die nicht gefunden werden wollten. Warum auch immer. Ich wollte ihn brennen sehen. Ich wollte diese ganze Welt brennen sehen. Magie vibrierte durch meine Adern und sorgte dafür, dass die Flammen höher loderten. »Es ist genug«, Lucan zog mich am Arm. »Hör auf, Lilly«, leise fügte er hinzu. »Er ist tot.« »